Wir müssen auf jeden Fall mal über diese Frank-Thelen-Doku sprechen von Störung F. Wir können leider keine Reaction dazu machen, weil Störung F ist ja ein Funkformat. Dementsprechend werden die uns, sobald wir das Video abspielen, sehr wahrscheinlich direkt wegstriken. Aber ich habe mir die Doku komplett angeschaut, habe mir da auch eine Meinung zugebildet. Da können wir auf die einzelnen Punkte eingehen und darüber sprechen. Vielleicht schreiben wir erstmal die Punkte auf, die in der Doku gesagt wurden, dann können wir darauf eingehen. Also ich habe mir aufgeschrieben, er hat eine Aussage gemacht von wegen, es ist keine Spekulation. Dann würde ich gerne auf diese Crowdfunding-Sache eingehen, die so am Ende des Videos kommt. Ob es wirklich gut ist, dass er aussteigt. Ihr wolltet erstmal meine grundsätzliche Meinung. Also ich habe keine spezielle Meinung zu Frank-Thelen, das muss ich vielleicht so schon mal vorab sagen. Also Frank-Thelen hat schon mal zwei, dreimal Kontakt zu uns aufgenommen, um, genau, also dass wir mal quasi ein Interview mit ihm machen oder dass wir mal über seinen Fonds sprechen. Das haben wir abgelehnt, weil wir, wie gesagt, so ein, also nicht speziell über einen einzelnen Fonds sprechen wollen. Und vor allem nicht so früh. Wir wollen das, also wir würden, wenn dann über einen Fonds sprechen, wenn der schon mal ein bisschen Track Record hat. Also wenn er schon mal drei oder vier Jahre alt ist. Deswegen finde ich die Kritik grundsätzlich an der Entwicklung des Fonds, also in dieser Doku, die hier gezeigt wird. Das hier ist die Entwicklung seines Fonds. Genau, also minus 44%. Was man dazu sagen muss, ist, wir haben hier eine Achse von Dezember bis Mai. Ja, und das heißt, der Fonds wurde auch im Dezember erst aufgesetzt. Und dementsprechend ist der Fonds gerade mal sechs Monate alt. Für diejenigen, die schon mal ein bisschen länger unsere Streams schauen, die wissen, dass sechs Monate keine Aussagekraft haben über, ob ein Fonds gut ist oder schlecht. Ob ein Fonds gut ist oder schlecht, das kann man, würde ich mal sagen, frühestens, allerfrühstens nach drei Jahren sagen. Oder meinetwegen auch nach fünf. Ja, das haben wir ja auch. Wir haben uns ja auch den Dick-Müller-Fonds schon mal auf einem Video auf YouTube angeschaut. Und so einen Fonds kann man halt erst dann wirklich beurteilen, wenn er schon mal ein paar Jahre gelaufen ist. Also hier ist der Fonds tatsächlich sehr, sehr negativ gelaufen. Also minus 44% seit Auflage. Hat auch ziemlich, ziemlich viel Werbung gemacht in dieser Zeit. Was man zu Frank Thierens Verteidigung an dieser Stelle natürlich sagen muss, ist, dass der gesamte Technologiesektor komplett abgeraucht ist. Und sein Fonds setzt ja vor allem auf Technologiewerte. Hat hier STRG F auch sehr, sehr gut ausgearbeitet. Die haben nämlich die ganze Entwicklung im Vergleich zum Nasdaq 100 gezeigt. Der Nasdaq ist ja ein Technologieindex im selben Zeitraum. Der hat 26% verloren. Das heißt, wir sehen hier, der Verlust in Prozent gemessen von Thelen war fast, nicht ganz, aber fast doppelt so hoch. Und das kann ich mir eigentlich auch ganz gut erklären. Das hängt nämlich damit zusammen, dass sein Fonds ziemlich konzentriert ist. Also was halten wir fest? Frank Thierens hat einen Publikumsfonds aufgesetzt, der zugänglich sein soll für Privatinvestoren. Und die Story ist bei solchen Fonds eigentlich immer dasselbe, dass gesagt wird, ich kenne mich so gut im privaten Markt aus. Also alles, was Venture Capital, Startup Finanzierung und Co. ist, ist ja der private Kapitalmarkt. Ich kenne mich so gut in diesem privaten Kapitalmarkt aus und ich werde dieses Wissen jetzt quasi an der Börse anwenden für euch. Ich werde mein Wissen in diesen Fonds bringen und eine gute Performance laufen lassen. Wie gesagt, die Performance ist nicht gut gelaufen. Daran würde ich ihn aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht messen. Wir können das jetzt gleich hier, ich habe mal so ein leeres Parkettportfolio gemacht, können wir mal den Fonds von Frank Thelen vergleichen mit dem von zum Beispiel Jan Beckers und dann vergleichen mit dem Nasdaq und dann vielleicht nochmal mit einem MSCI World. Und dann werdet ihr sehen, dass der halt wirklich schlechter gelaufen ist. Das an sich sehe ich aber noch nicht als Kritik. Also insgesamt muss man differenzieren. Wenn man sich dafür entscheidet, in aktive Fonds zu investieren, dann ist das ja eine Entscheidung für ein aktives Management. Hat natürlich den Nachteil, dass es ein bisschen Geld kostet. Das Problem bei dem Frank Thelen Fonds, was wir schon relativ früh gesehen haben, ist, dass der ziemlich wenig diversifiziert ist. Hier haben wir nochmal ganz kurz meine Stimme aus dem Off. Ich habe das nochmal ganz kurz nachrecherchiert. Die zeigen das auf ihrer Webseite ja ziemlich gut. Hier sieht man die Position und hier sieht man auch schon die ersten Positionen haben natürlich ein ziemlich hohes Gewicht. Tesla mit 9%, Palantir mit 8%. Also alleine die ersten fünf Positionen machen schon ein Drittel aus vom gesamten Fondsvolumen. Das meinte ich halt mit Konzentration. Genau, also das ist so die Allokation und das kann natürlich erklären auch, also dass du da so ein starkes Gewicht hast von einzelnen Werten, die stark verloren haben. Ich glaube Palantir hat ziemlich verloren, Coinbase sowieso. Das erklärt natürlich vielleicht, dass hier so ein starker Drop ist. Eine ziemlich starke Aussage finde ich von ihm, ehrlich gesagt, also als er sagt, dass er nicht spekuliert. Ist es da auch schon ein bisschen spekulativ, kann man das sagen? Ne, wir machen gar keine Spekulationen. Also das jetzt mal nur mal so zu diesem spekulativen Kontext. Also hier hat er halt gesagt, wir machen gar keine Spekulationen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen irreführend, ne? Weil so eine Investition in Technologiewerte, die überwiegend noch keine Gewinne erzielen, ne? Das sind ja eine große Investition, also ein Großteil des Portfolios ist ja in Firmen, die keine Gewinne erzeugen, sondern die noch quasi Verluste machen und dann wachsen sind, ne? Und das ist natürlich immer eine Spekulation auf die Zukunft, ganz klar. Ja, es ist wie zum Beispiel auch eine Investition in Kryptowährungen, ist natürlich eine Spekulation in die Zukunft. Da bin ich auch mit den Kryptomenschen nie so einig, gerade mit Bitcoin. Aber ich finde, der Bitcoin-Preis, den wir heute sehen, ist eine Spekulation auf den zukünftigen Use-Case von Bitcoin. Und dementsprechend ist das natürlich eine Spekulation. Wenn er das halt so pauschal abtut und sagt, nein, das hat mit Spekulationen überhaupt nichts zu tun, dann wägt das halt schon ein bisschen in falscher Sicherheit. Worauf ebenfalls hier drauf eingegangen wird, und das muss man natürlich ein bisschen abwägen in dieser Doku, wird drauf eingegangen auf das, was er an Potenzial sieht. Und er sagt, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich das falsch sage, in vier Jahren oder so, da hat hier irgendjemand einen schlauen Kommentar zugeschrieben, in vier Jahren soll er sich verdreifachen oder sowas. Also, dass er quasi immer nur in Unternehmen investiert, die ein Potenzial haben, sich zu verdrei- oder vervierfachen. Das kann man natürlich als Investor auch falsch verstehen. Ich meine, das Problematische an dieser Sache, finde ich persönlich, ist, dass Frank Thelen eine krasse Medienmarke hat, super bekannt ist, dadurch, dass er in der Höhle der Löwen war, dass er selbst Multimillionär ist, weil er in der Vergangenheit super erfolgreiche Investments gemacht hat, die ihn reich gemacht haben, ganz einfach. Und bisher hat er diese Investitionen aber immer nur für sich oder für institutionelle Anleger gemacht, also unter der Firma Freigeist. Jetzt geht er quasi an den Kapitalmarkt für Privatanleger und bietet Privatanleger einen Fonds an und sagt, ich lege jetzt euer Geld an und dann quasi, was dann damit verstanden wird, was natürlich nicht so konkret gesagt wird, ist, dass er die Leute jetzt auch reich macht, dass er eben auf Firmen setzt, die sich auch verzehnfachen, ver, keine Ahnung wie vielfachen. Das, was er ja quasi mit seinen Startup-Investments schon gemacht hat. Problem Nummer eins ist, es sind unterschiedliche Märkte, also in Startups investieren, in kleine, empfindliche Pflänzchen kann man ein viel größeres Wachstum erzielen, als jetzt am Kapitalmarkt, wo die Firmen ja grundsätzlich in der Regel schon mal mindestens 100 Millionen wert sind, also im ein bisschen größeren Kapitalmarkt, sagen wir es nur so, nicht in den Micro-Caps. Da gehen aber auch viel mehr platt, ja, also im Startup-Bereich gehen viel, viel mehr Pleite, deswegen musst du einzelne haben, die halt übermäßig große Renditen machen. Und am Kapitalmarkt ist das wieder ein bisschen anders. Also das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist, der Startup-Bereich ist komplett informationsineffizient. Das bedeutet, es gibt hier keinen großen Marktplatz wie die Börse, wo alle Informationen mit verarbeitet werden, wo Unternehmen verpflichtet sind, ihre Jahresberichte zu veröffentlichen und so weiter, wo also alle Informationen für alle zugänglich sind. Das ist der Kapitalmarkt, ja, dort ist alles öffentlich verfügbar, Informationen werden effizient verarbeitet, was am Startup-Markt überhaupt nicht so ist. Also man kann in ein Startup nur investieren, wenn einer auf einen zugekommen ist und einem überhaupt das Startup anbietet oder man davon gehört hat und dann werden höchstens, keine Ahnung, 10, 15, 20 Leute oder Firmen, also Investmentfirmen davon erfahren. Und wenn man halt zu den Glücklichen gehört, die halt bei den Guten mit dabei sind, genau, dann hat man einen Informationsvorsprung. Und dieser Informationsvorsprung ist dann halt echtes Geld wert, weil in der Regel werden sehr, sehr gute Startups ziemlich schnell Kapital finden und die weniger Guten, das nennt man adverse Selektion, die weniger Guten werden dann einer etwas breiteren Bevölkerungsschicht angeboten. Einfach aus dem Hintergrund, weil die Guten wollen halt mit guten Investoren zusammenarbeiten. Die guten Investoren haben also schon mal den Vorteil, dass auch die vielversprechenden Startups auf die zukommen, alle anderen können sie dann halt ablehnen. Die haben also quasi die Wahl aus einem ganz großen Pool. Bei den weniger guten Fonds ist das dann anders, die kriegen dann den ganzen Rest. Und dann gibt es ganz unten im Trichter nochmal eine noch breitere Bevölkerung, die noch weniger Ahnung hat, die durch diese adverse Selektion also nochmal schlechtere Firmen bekommt. Und das sind in der Regel wir, die Privatanleger, über sogenannte Crowdfunding, über solche Crowdfunding-Plattformen. Das heißt, es wird dann Geld eingesammelt von Privatinvestoren, die bekommen dann nicht mal echte Firmenanteile, also nicht mal echte Aktien oder nicht mal echtes Equity, sondern die bekommen dann solche Dinge wie zum Beispiel Genussscheine, also eine versprochene Verzinsung dafür, dass man eine gewisse Zeit lang das Geld bezahlt. Man hat aber kein Mitspracherecht, man hat keinen Anspruch auf die Dividende, man hat in der Regel nicht mal einen Anspruch auf Anteile am Firmenverkauf, also man ist da ziemlich eingeschränkt. Ein institutioneller Investor würde solches Geld nie in sowas rein investieren, weil er sich einfach viel zu schlecht stellt. Im Endeffekt ist ja eine Investition immer eine Abwägung zwischen Risiko und Rendite. Also wenn ich viel Risiko habe, möchte ich eine hohe Rendite haben. Aber bei diesen Genussscheinen und Crowdfunding-Kampagnen ist das meistens dekorreliert. Ich habe ein sehr hohes Risiko, wofür sich Venture-Capital-Firmen sehr gut bezahlen lassen. Auf der anderen Seite ist meine Rendite aber gecapped, sagt man. Also da gibt es quasi oben einen Deckel drauf, in dem man mir zum Beispiel sagt, ich zahle dir 5% oder 7% Zinsen pro Jahr und am Ende zahle ich dir dein Kapital zurück. Aber wenn sich zum Beispiel der Firmenwert verzehnfacht oder so, kriegst du einfach nur deine 7% plus vielleicht noch ein kleines Bonbon obendrauf. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der da problematisch ist. Bei diesem privaten, also im privaten Bereich geht die Vertragsfreiheit. Also zum Beispiel solche Genussscheine, also Crowdfinancing gehört zum grauen Kapitalmarkt. Da geht die Vertragsfreiheit. Solche Verträge können gestaltet werden, wie man das möchte. Am Kapitalmarkt, also an der Aktie, also in der Börse mit Aktien, ist das komplett standardisiert. Das heißt, du kannst nicht hier einfach sagen, ja meine Aktie hat diese Rechte, aber nicht diese Rechte und ihr kriegt dann noch einen Zins, aber wenn die sich verzehnfacht oder so, dann kriegt ihr aber nur die Verfünffachung ausbezahlt oder sowas in diese Richtung. Soweit mal meine Ausführungen, um zu unterscheiden, was ist der große Unterschied zwischen dem Public Market, also der öffentlichen Börse, das wo wir quasi unsere ETFs investieren, wo du über Trading Public, Scalable Capital Co. investieren kannst, versus dem privaten Markt, wo Frank Thelen ja vorher unterwegs war. Und da deckt jetzt diese Doku auch wiederum einen ziemlich interessanten Aspekt auf. Hat er in seiner Zeit in der Höhle der Löwen in eine Firma investiert, diese hier, in diesen Mann hier hat er investiert, der irgendwie so Krawatten oder solche Dinge macht, von Flörke, genau, hat er privates Geld rein investiert. Also das ist jetzt mal ganz unabhängig von seinem Fonds. Also das ist der zweite Kritikpunkt, also die erste Kritik bezog sich auf seinen Fonds und der zweite Kritikbezug bezieht sich halt darauf, was er in der Vergangenheit gemacht hat und daraus soll dann halt geschlussfolgert werden, ob er denn wirklich der beste Ansprechpartner ist, um so einer Person das Geld anzuvertrauen. Also was ist mit diesem von Flörke passiert? Also er hat dort rein investiert und hat dann später, also zum späteren Zeitpunkt, diese Firmenanteile auf eine Crowdfunding-Plattform gestellt. Das bedeutet, ich weiß nicht mehr, welche Crowdfunding-Plattform das war, das bedeutet, Privatanleger konnten kleine Anteile von dieser Firma kaufen. Aber ich glaube, es waren keine echten Anteile, sondern so wie man das üblicherweise gestaltet, so Genussscheine. Es gab insgesamt ein Werbevideo, um da rein zu investieren und er wurde dort gezeigt und hat dann gesagt, dass er glücklicher Investor in diese Firma ist. Übertriebene Wachstumsprognosen wurden da gezeigt und so weiter und so fort. Dieser Herr hier hat übrigens in diese Crowdfunding-Kampagne investiert gehabt und hat dort auch all sein Geld verloren gehabt. Also dieses von Flörke ist pleite gegangen. Dieser Mann hatte durch sein gesamtes Investment verloren. Und was aber an der Stelle passiert, ja, möchte ich an dieser Stelle sagen, also wenn man am grauen, also am unregulierten Kapitalmarkt investiert, was ja solche Genussscheine sind und so weiter, ist es ziemlich häufig so, dass man auch hier mit einem Totalverlust zurechtkommen muss. Hier gibt es verschiedenste Beispiele. Procon zum Beispiel gab es. Auch die nachhaltige Tomorrow Bank hat solche Crowdfunding-Kampagne gemacht, die ich ziemlich kritisch sehe, wo wir auch einen kritischen Artikel drüber geschrieben haben, wo ich auch schon mal eine Story zugemacht habe. Also ich würde sowas extrem kritisch sehen, weil du kriegst da in der Regel so einen Packen Papier, den du durchackern musst und das ist ein privates Vertragswerk. Und in der Regel wirst du da schlechter gestellt, weil, warum sollte ich als Unternehmer mich denn dafür entscheiden, tausende oder mehrere hunderte Privatanleger an Bord zu holen, die mir kein Wissen liefern können, also kein zusätzliches Wissen, die mich nicht unterstützen können in meiner Business-Tätigkeit und die im Zweifelsfall eher nerven und mir unnötige Auflagepflichten geben, wenn ich auf der anderen Seite einen Kapitalinvestor haben kann, also einen Großinvestor, der Ahnung hat, der mehrere Startups schon aufgebaut hat, der mir vielleicht sogar jemanden zur Hand gibt, also ins Bord, der mich dann unterstützt und wo ich nur einem, einer einzigen Person Report geben muss. Warum sollte ich das machen? Deswegen Crowdfunding-Kampagne sehe ich da extrem kritisch. Und wie gesagt, Frank Thien hat so eine gestartet. Diese Firma ist pleite gegangen. Es gab sogar von, ich glaube, er hat insgesamt fünf Stück gestartet, davon sind zwei pleite gegangen. Und was jetzt besonders brisant ist, ist, dass hier ein Dokument rausgekommen ist, ein Notardokument, also das hat hier die Steuerung F gefunden, die einen notariellen Vertrag zeigen, wo eine GmbH von Thelen, also die E42-2-GmbH, das Ziel hat, die Anteile, die er ja vorher bei der Höhle der Löwen gekauft hat, zu verkaufen. Das heißt, auf der einen Seite startet er eine Crowdfunding-Kampagne, um Privatinvestoren an Bord zu kriegen und auf der anderen Seite versucht er mit seiner eigenen Firma die Anteile zu verkaufen. Das ist natürlich ein riesengroßer Interessenskonflikt. Legal ist das ja wahrscheinlich schon, ja, also da möchte ich jetzt nichts sagen, aber es ist halt ein Interessenskonflikt. Ich kann aber nicht auf der einen Seite Werbung für ein Finanzprodukt machen und sagen, auf der anderen Seite, ich möchte das aber schnellstmöglich loswerden. Das dementiert er natürlich, dass das das Ziel gewesen ist. Er beruft sich hier auf eine NDA in diesem Vertrag, also auf eine Verschwiegenheitsklausel und sagt, er kann nicht bestätigen, ob dieser Vertrag zustande gekommen ist oder nicht. Ist jetzt ein bisschen komisch, diese Aussage, einfach aus dem Hintergrund, weil wenn es eine Verschwiegenheitsklausel in diesem Vertrag gibt, heißt das ja, wenn er nicht sagen darf, dass die aktiv ist und das heißt, der Vertrag wurde so umgesetzt. Auf der anderen Seite sagt er aber, der Vertrag wurde nicht umgesetzt, dann ist ja auch die Verschwiegenheitsklausel, die in diesem Vertrag drinsteht, nichtig. Und von daher könnte er da eigentlich offen drüber reden. Und genau, seine Argumentation, und das ist völlig verwirrend, er gibt nämlich ein zweites Interview. Also das erste Interview bricht er eigentlich relativ abrupt ab und meldet sich dann nochmal und sagt, ja, ich habe mich dann nochmal informiert und gibt dann ein zweites Interview und sagt, dass es für Privatinvestoren eigentlich ein gutes Zeichen wäre, wenn er seine Anteile verkaufen würde. Und das ist ja völliger Schwachsinn. Also ich wüsste nicht, wo es ein gutes Zeichen sein könnte, wenn ein Investor verkaufen möchte, außer er braucht vielleicht Liquidität oder so, aber dann ist es höchstens ein neutrales Zeichen und kein gutes Zeichen. Da widerspricht er sich halt und von daher ist eigentlich davon aus zu gehen, ja, wie gesagt, es gibt keine Beweise dafür, aber alle Fakten weisen darauf hin, zumindest in dieser Doku, dass er da aussteigen wollte. Und das ist natürlich hochgradig unseriös, auf Kosten von Privatanlegern eine schlecht laufende Firma loszuwerden. Also du merkst, das Ding läuft nicht mehr und da gibt es dann auch noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Das Manager-Magazin hatte da was aufgedeckt und du versuchst dann halt möglichst schnell dein Geld oder deine Anteile in die, dem dümmsten, in Anführungszeichen, dem dümmsten Anleger aufzudrücken, den du findest, ja. Mein Onkel hatte mal so ein Sprichwort und hat gesagt, jeden Morgen steht ein anderer Dummer auf, du musst ihn nur finden, ja. So ein bisschen nach dem Motto ist es dann zu handeln, wenn du sagst, okay, ich pushe meine Anteile jetzt in die Crowd. Die dumme Crowd wird mir das schon abkaufen, weil die sind alle Fans von Höhle der Löwen und die haben ja gesehen, dass das Ding gut gelaufen ist und jetzt nehmt ihr die Anteile und ich auf der anderen Seite verkaufe dann wieder. Dieser Verkauf hat scheinbar nicht stattgefunden, aber die Idee ist wie gesagt, oder die Idee, so kommt es aus der Doku heraus, war zumindest, dass diese Anteile verkauft werden sollten, was schlussendlich scheinbar nicht passiert ist. So und damit schließt sich eigentlich so ein bisschen der Kreis, zu sagen, okay, jemand, der so handelt und das habe ich übrigens auch schon mal, ich glaube in einem anderen Stream gesagt habe, ich weiß nicht mehr wo, ist jemand, der so handelt, integer meinen Fonds zu verwalten, ja, weil, guck mal, jetzt gibt es noch eine andere Problematik. Du hast auf der einen Seite einen großen Investmentfonds, wo, keine Ahnung, jetzt 100 Millionen drin sind, aber ich weiß nicht, wie viele im Frank-Thelen-Fonds drin sind und auf der anderen Seite hast du privat laufende Startups, ja, die, wenn sie gut laufen, auch an die Börse gehen werden. Zum Beispiel, ein Beispiel hiervon ist zum Beispiel, ein Beispiel hiervon ist Lilium, ja, Lilium ist ja diese, die bauen ja diese Flugtaxen und so weiter und sind noch lange nicht marktreif, es gibt sehr, sehr viele Kritiker dieser Firma, aber die Firma ist per SPAC an die Börse gegangen. SPAC ist jetzt nicht der beste Börsengang, haben wir ja schon mal Artikel drüber geschrieben, habe ich euch schon mal gesagt, dass ich nie in einen SPAC investieren würde, aber wie auch immer, die sind per SPAC an die Börse gegangen, so, und jetzt herrscht wieder ein großer Interessenskonflikt, denn auf der anderen Seite haben wir jemanden, der in ein Startup investiert ist, was vielleicht gar nicht so gut läuft, was aber börsengehandelt ist und auf der anderen Seite hat er einen großen Fonds. So, wie groß ist jetzt die Verführung, diese Kohle zu nehmen von den Privatanlegern, die man vorher mühevoll per Crowdfunding in den Markt schmeißen musste und jetzt einfach gebündelt in den Fonds hat und hier einfach mal ein paar Anteile zu kaufen, um denen potenziell aus der Patsche zu helfen. Und das ist ein weiterer Interessenskonflikt, der hier aufgetreten ist, oder der hier auftreten könnte und das hatte ich auch schon ganz früh gesagt, ich glaube Mona hat es vielleicht sogar in dem Artikel geschrieben, dass das halt wirklich ein großer Interessenskonflikt ist. Noch ein anderes Beispiel, was ich euch geben möchte. Eines der Firmen, die ein Portfolio hat, auf der privaten Seite, also bei Freigeist, die privat gehalten sind, möchte ein IPO machen, möchte also an die Börse gehen. So, die Bewertung wird sehr sportlich, sehr hoch angesetzt und jetzt merken die aber bei der Roadshow, also dem Moment, wenn man durchs Land zieht und versucht seine Aktien an Investmentfonds und Co. zu verteilen, diese Bewertung wird nicht so halten. Wie groß ist dann die Verführung zu sagen, ich habe doch hier noch meinen Fonds, da sind noch ein paar hundert Millionen drin und damit kaufe ich doch einfach das IPO, also damit kaufe ich ein großes Paket von den Aktien von der Firma, die online gehen wird, die an die Börse gehen wird. Wie groß ist da der Interessenskonflikt? Ja, zu sagen, okay, das Ding mit diesem ganzen Kapital drücke ich die Bewertung nochmal ein Stückchen höher, denn in meiner eigenen Tasche spiegelt sich das ja wieder, in meiner eigenen Tasche als Privatinvestor. Von daher, ja, sehe ich sehr kritisch. Genau, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich habe keinerlei persönliche Probleme mit Frank Thelen oder sonst irgendwas. Ich finde es auch, ich finde sein Verhalten ein bisschen blöd, weil, also in einer, in einer weiteren Hinsicht, die sind hier extra an die Börse Frankfurt gegangen und haben hier Banker befragt, was sie davon halten, vom Versprechen von Thelen, also innerhalb von drei Jahren zu verdoppeln oder was auch immer das Versprechen war. Und daraufhin sagt er, ja, die Finanzindustrie mag mich nicht. Das ist ein bisschen vereinfacht, ja, es ist einfach, einfache Mathe, ja, wenn dir jemand sagt, ich mache stabile 15% pro Jahr oder wie viel auch immer das ist, dann ist das halt einfach am Gesamtmarkt gemessen ziemlich unrealistisch, wenn man das wirklich auf einem langen Zeitraum sieht. und auch der gesamte Technologie-Sektor hat keine 15% pro Jahr gemacht, wenn man mal einen Zeitraum anschaut, der ein bisschen länger als 10 Jahre ist. Und dann haben die sich sogar noch die Mühe gemacht, nach New York zu gehen und dort New Yorker Banker zu fragen und die sind da ein bisschen ernst an die Sache reingegangen, haben gesagt, das ist ein Scam. So weit würde ich jetzt nicht gehen, also ich halte den Dick Müller, den Dick Müller, freundlicher Versprecher, Frank Thelenfonds absolut nicht für einen Scam, ja, der ist reguliert und so weiter, aber ja, von daher, ich finde es gut, dass sowas aufgedeckt wird, ich finde es absolut wichtig in der Finanzbranche, er rügt sich ja oder er rühmt sich ja sehr mit Transparenz, er sagt, wir sind ultra transparent, wir machen unsere Research Reports offen und so weiter. Nichtsdestotrotz gibt es jede Menge Interessenskonflikten im Finanzbereich, das haben wir in unserem Buch nochmal aufgearbeitet, aber ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben, wo überall in der Finanzbranche Interessenskonflikte herrschen und ich habe jetzt hier einfach nochmal ein paar aufgezeigt, wie sie ja bei Frank Thelen herrschen können und wie sie scheinbar ja auch schon in der Vergangenheit mit diesem von Flöke-Dings und anderen vielleicht schon aufgetreten sind und da muss man sich natürlich die Frage stellen, möchte ich so einer Person mein Geld anvertrauen? Wie gesagt, ich vertraue keinem Vormenager mein Geld an, vielleicht nochmal weder Kathy Woods noch egal wem, ja, auch wenn wir zum Beispiel Jan Beckers im Interview haben, ich habe selbst nicht in den Jan Beckers vorinvestiert, habe ich auch am Anfang gesagt, wir haben einiges an Kritik geerntet für das Interview, berechtigterweise. Soweit meine Ausführungen zum Thema dieser Frank Thelen-Doku. Absolut sehenswert, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Übrigens hier auch nochmal ein sehr interessantes Interview mit jemandem, den ich ziemlich schätze, Philipp Klöckner, er investiert selbst am Kapitalmarkt, aber nicht für andere, also nicht in Form von einem Public Fonds und kennt sich im Thema Startups ziemlich gut aus, also Startups Investments und hat einen ziemlich guten Podcast, dieser Podcast heißt Doppelgänger, Doppelgänger Podcast, Doppelgänger.io, dieser Podcast hier, ziemlich nice, also für alle Leute, die sich für Einzelaktien interessieren und solche Sachen, kann ich euch nur empfehlen und der hat auch einige sehr intelligente Aussagen gemacht hierzu, also zum Beispiel auch das Thema Adverse Selektion und solche Dinge. Schätze ich sehr, habe mich auch persönlich schon kennengelernt und so kennenlernen dürfen in Hamburg und auch seinen Podcast-Kollegen hier, auch ein sehr netter Typ, Philipp Glöckler heißt der, deswegen heißen die Doppelgänger, weil die einen sehr ähnlich klingenden Namen haben. Soweit das Thema zu Frank Thelen. Ich habe jetzt hier einen ultimativen Sprechdurchfall gehabt. 1300 Leute schauen zu, oh mein Gott, scheinbar hat euch das wirklich interessiert, meine Meinung zu dem Thema. Ja, vielleicht was wir noch machen können, wir können uns einfach mal die Performance anschauen, wenn ihr das wollt. Also, wie ist das Ding gelaufen? Machen wir uns mal so ein richtig schönes Tech-Portfolio, also der 10xDNA-Fonds. Den habe ich gekauft, machen wir mal Anfang des Jahres, okay? Okay, wir sagen aber so für 1000 Euro durch 23,2915 muss ich 43 Anteile gekauft haben, ungefähr, ja? So, da sehen wir, wie der gelaufen ist, seit dem 01.01. Dann, das wollen wir noch dazu packen, zum Vergleich. Dirk Müller, okay. Wobei die Strategie von Müller natürlich auch eine ganz andere ist, aber okay. Hier, beide gestartet mit 0% und dann liegen wir jetzt heute mit dem Portfolio, also das ist in dem Fall der Frank-Telen-Fonds, minus 37% im Minus, also schon ein bisschen besser als bei der Doku, da waren wir uns ja bei rund minus 44%. Die haben aber auch im Dezember angefangen und der Dirk Müller ist mit 1,7, also rund 2% negativ, also schon mal deutlich besser gelaufen. Dann können wir das Ganze mal noch, das haben die ja gemacht, mit dem Nasdaq vergleichen, zack, und da sehen wir auch, ja, dass er schlechter gelaufen ist, also das ist die schwarze Linie, ist jetzt der Fonds, Nasdaq 100, minus 23%, beziehungsweise das Portfolio minus 37%, also weniger gut gelaufen als das und dann können wir uns nochmal den von Jan Beckers raussuchen, das hier ist der BitCapital und komm, dann machen wir nochmal den Dirk Müller dazu. Okay, der BitCapital, also der von Jan Beckers, ist nochmal schlechter gelaufen, das sehen wir hier, Global Digital Leaders minus 43%, dann minus 37% ist gelaufen der Frank-Thelen-Fonds, dann minus 23% der Nasdaq und minus 2%, also der Best-Performance-ste in diesem 6-Monats-Zeitraum ist tatsächlich Dirk Müller. Dann adden wir mal noch Katie dazu, Katie Wood, nicht Woods. Okay, und die ist noch schlechter gelaufen, okay, krass, die unterbieten sich quasi. Minus 52% ist ARK-ETF gelaufen, der ARK Innovation. Ja, so sieht der Technologie-Sektor aus und hier diese schwarze Linie ist der Frank-Thelen, das heißt, so schlecht, also der liegt irgendwo so im Mittelfeld der Technologie-Werte, also schlechter als der Nasdaq, aber besser als Jan Beckers und Katie Woods. Katie Wood, sorry. Was haben wir gelernt? Auf die Börsenphase kommt es an, sechs Monate haben keinerlei Aussagekraft. Also, wir haben gesehen, wie der ganze Spaß hier gelaufen ist. Jetzt habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Kontext zu dieser Doku hier bekommen, wie gesagt, hochgradig interessant und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video oder die Analyse gefallen hat und ihr, ja, oder wie seht ihr das? Schreibt es mal in den Chat, würde mich mal interessieren, wie seht ihr die ganze Thematik? Ich hoffe, dir hat dieses Überfluss-Video gefallen. Wenn du weitere Clips und Videos sehen möchtest, dann schau doch mal hier oder hier und wenn du die Highlights aus unseren wöchentlichen Twitch-Streams nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.